So, ich gehe gleich drehen, die Karten einkaufen. Ich denke, das beste Bier, was wir haben, ist, dass ich gar nicht kontrolliere. Ich glaube, ich passiere dir. Also, ich denke, es hat ein Bier. Wir haben ein Haus, das ist eigentlich jetzt, da ist die ganze Produktion gemacht. Da hinten, bitte, da sehen Sie die großen Pangs. Dort geht das Werk, es ist genannt Gehopfte Werte, das ist das ähnliche Werk, das aus dem Suchhaus geht. Gehopfte Werte. Wir haben da eine Doppel-Ausstatten, damit wir zwei Gehopfte einfachen. Das war's für heute. Bitte? Sie sind in der Nähe von Köln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020